Hallo zurück! Und ich krieg ne ordentliche Trachtflügel heißt es hier. Das weiß ich aber nicht, ob ich das will. So. Hörst du auf dich zu werden, du Voller? Obla, was ist das Schlachtfeld? Das tut mir jetzt aber leid. Das ist das Schlachtfeld. Da hast du gedacht, du könntest mir entkommen? Meinst du, ich kämpfe gescheit mit dir? Wenn du glaubst, du könntest eine Gang auf mich schätzen. Das aber glauben, dass ich dich auch niederschieße. Tja, und du? War das jetzt alles? Ich habe jetzt keine Meldung irgendwie... Ja, befreit, alles ist gut. Hey, du bist jetzt ein Held. Wir haben dich alle lieb. Ne, nix. Gar nix. War auch ein bisschen arm, muss ich sagen. Wenn ich jetzt auch noch mehr erwarte. Hier fällt gerade mein Zug vorbei. Ach, wie schön. Ich glaube, wir haben jetzt hier noch zwei Kisten zu erledigen. Die werde ich jetzt noch holen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so schnell geht. Oh, da liegt ein Ball. Dann hätte ich das jetzt eigentlich an die letzte Folge auch noch dranhängen können. Das hat sich ja jetzt nur nicht so wirklich gelohnt, dafür nochmal neu anzufangen. Naja, gut. Alles gut? Brauchten Sie das, Chef? Ja, danke. Danke. Hey. Schwachsinnstyp. Du hast... Schwachsinnstussi. Und Schwachsinnstyp. Ihr habt in diesem Stadtteil nix mehr zu suchen. Leder du als ihr. Na gut, aber das ist ja nicht so schlimm. Die letzten Folgen waren alle so lang, da kann ja diese Folge im Zweifelsfall auch ein bisschen kürzer werden, ne? Dann werden wir jetzt einfach hier nochmal hinziehen. Das haben wir jetzt noch offen. Was? Schreit sich jemand? Hat jemand Angst? Schreit hier jemand? Soll hier jemand geholfen kriegen? Bekommen werden zu? Nein. Okay. Ich wäre da gewesen. Ich wäre da gewesen und bereit gewesen, euch alle zu retten. Außer jene, die nicht mehr zu retten sind. Da kann man zugegeben nicht mehr viel machen. Da muss man halt... Dann... Das ist dann halt so. Hier ist Glocke bim, bim, bim. Hier waren wir schon mal gewesen. Diese Glocke haben wir schon ungefähr 50 Mal abgeschritten. Wenn ich mir diese Typen so angucken, wie die am Kreuz da an der Seite in ihren Leder-Manteln, dann ist das wirklich nur die Vorstufe von, äh, Templer zu Nazi. Zutrauen würde ich denen das hier, den Kollegen, ja, dass es auch ein, ähm, Assassin's Creed im Dritten Reich gibt, irgendwann. Da kommen wir immer weiter in die Zukunft, Stück für Stück. Hör auf euch zu kloppen. Viel auch für euch hier. Lass den Armker in Ruhe. Genau. Beautiful Lady ist am Schlüssel. Mach den Rucksbeine. Wir haben eine Schlacht zu gewinnen. Okay. Jetzt aber. Nun, da Mr. Stray nicht mehr unter den lebenden Beil stehen ihre Chancen, Lambeth zu übernehmen, recht gut. Mögen die Besseren gewinnen. Bam, bam, ba-dam. Auf die Schnauze. Jetzt können wir uns diesen Boro holen. Diesen, glaube ich, Bezirk, glaube ich. Wir werden den Kampf um Lenders gewinnen. Um... ...und von diesem Moment an... ...arbeitet ihr... ...für uns. Klingt von der Stimme her ein bisschen wie die Synchronstimme von, ähm, Keira Knightley. Wer schreit hier rum? Och, böses Blatt, böses Blatt. Ich krieg nicht böses Blatt. Nein. Oh, mein Gott! Komm, kurz! Komm! So! Wir haben... ...sicherheit, wieder ein paar Fähigkeiten frei. ...die wir nutzen können. Für Eevee, schauen wir mal... ...was war das? Ich hoffe, muss er betäuben. Noch besser schleichen. Ja, das ist jetzt alles hier nicht mehr so aufregend, muss ich sagen. Da muss er ja mal gucken. Ich glaube es konnte, äh, Schüsse werden automatisch Kopfschüsse. Ja, aber das ist ja dort, wo ich Jacob nachher war, da war ein, beim Dings. War alles Jacob. Aber da sind Eevees. Ja, siehst du, die Eevee ist wirklich so eine... ...so eine Schleiche. Das ist doch interessant. Aber dafür müssen wir... ...erst mal leveln. Aber gut, wir leveln, wenn wir die Fähigkeiten freischalten. Also es ist, äh... Jot! Eevee hat level 5 erreicht. Jawoll, da haben wir es doch schon. Na, dafür brauchen wir aber level 6 wahrscheinlich. Hängt sie das da noch? Weiß, ey. Wird bisschen gemesset, ne? So, schön. Eevee ist level 5. Ja, Stellung. Sie müssen anonym seinen festen Boden unter den Füßen haben. Um irgendwie Ausrüstung zu... Achso. Ja, dann! Ja. Geh alle mal da runter. Dann haben wir hier... Was ist das hier? Dann haben wir hier... ...das ist das hier... ...das finde ich gut. Das finde ich gut. Gab es denn nicht diesen einen Gürtel? Gürtel? Na, der muss ja dann nicht bei der Herstellung gucken. Sondern im Inventar. Was ist das hier alles? ... Gut, das haben wir jetzt hier quasi alles durchgeguckt. Ähm, diesen Gürtel hier, habe ich diesen einen Gürtel schon mal hergestellt, der dann einfach so viel besser war als der andere. War das der oder war das der, der war das doch. Dann müssen wir den doch auch eigentlich anlegen können. Irgendwo. Hier gibt es ja auch immer nur die Waffen. Wer hat sie diesen Gürtel jetzt schon angelegt? Er wird den Schaden, den sie mit dem Stockdolch anrichten um 10%. Upgrade. Verbessern. Kann man auch mal machen. Ja, wo das für diesen Gürteln ist, weiß ich jetzt. Na, irgendwie gibt es hier keine Gürtel. Vielleicht hat sie den jetzt automatisch angelegt. Vielleicht war das direkt da. Na gut. Okay, gut. So, jetzt haben wir ein bisschen Zeit verdrödelt. Ähm, wir haben jetzt den nächsten Stadtteil befreit. Wir haben jetzt noch ziemlich viel Geld ausgegeben, merke ich gerade. Und dementsprechend werde ich jetzt wirklich endgültig mal... Warum komme ich nicht rüber und erteile dir mal deine Lektion? Weil du tot bist. Äh, endgültig mal jetzt hier ne Pause machen, wollte ich sagen. Ich könnte gerade ein bisschen Kopfschmerzen, aber... Naja. Deswegen muss dieses Headset jetzt mal vom Kopf. Das gibt's doch nicht. Ich verpasse hier eine Kugel! Warum, Junge? Sag's mir! Warum? Warum, Junge? Es macht keinen Sinn, was du tust. Das ist mein Stadtteil, ich hab hier das Sagen und ihr könnt euch jetzt alle verpissen. So sieht's mal aus. Sie finden nichts besseres! Okay. Ich glaube, wir können zwei Kugeln da auffüllen. Einen schönen Tag noch! Sonst ist es direkt wieder zu verbraten. Weil ich diese Typen nicht mag. Die haben mich geärgert, der hat mich geärgert, der hat mich geärgert! Ne, dass ich die Munition von den Toten direkt zurückkriege. Nice, nice! So. Jetzt aber gut. Die Eevee ist normalerweise nicht so brutal. Deswegen haben wir jetzt auch mal auf damit. Bevor es noch schlimmer wird, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, die Folge ist jetzt ein bisschen kürzer, aber das ist so okay. Ne, ist ja fast so. Dafür sind die anderen ja viel zu lang. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüssi!